So, in diesem Video werde ich dir erklären, was wir unter Kohärenz von Licht verstehen. Und dafür schauen wir uns mal folgende Situation an. Sagen wir mal, wir haben hier irgendeine Lichtquelle und diese Lichtquelle, die gibt Licht in alle Richtungen des Raumes ab. Natürlich nicht nur eine Lichtwelle, sondern mehrere Lichtwellen auf einmal. Und dann haben wir hier einen Detektor, der dieses Licht detektieren kann. Und der zeichnet uns dann, abhängig von der Zeit, das elektrische Feld von einer so einer Lichtwelle auf. Gehen wir jetzt erstmal davon aus, dass diese Lichtquelle hier eine ideale Lichtquelle ist. Das heißt, dass diese Lichtquelle uns nur Licht von einer einzelnen Frequenz abgibt. Das heißt, wenn man das Frequenzspektrum aufzeichnet, das ist im Endeffekt die Intensität von diesem Licht, abhängig von der Frequenz, dann würde das ungefähr so aussehen, die Intensität ist immer 0, bis auf bei einer Frequenz haben wir ein Maximum. Und danach ist die Intensität weiterhin immer nur 0. Das heißt, diese Lichtquelle, die gibt nur Licht von einer einzelnen Frequenz ab. Und dann würde die Aufzeichnung von diesem Detektor ungefähr so aussehen, du siehst hier zwei Lichtwellen, die eine Phasenverschiebung haben, das kann natürlich sein, aber die haben immer die gleiche Frequenz. Und wenn sie immer die gleiche Frequenz haben, dann haben sie hier immer eine konstante Phasenverschiebung. Das heißt, phi, die Phasenverschiebung, die ist hier immer konstant. Und deswegen bezeichnen wir dieses Licht als perfekt kohärent. Also so würde perfekt kohärentes Licht ausschauen. Schauen wir uns jetzt aber mal eine reale Lichtquelle an. Bei einer realen Lichtquelle würde dieses Frequenzspektrum, diese Intensitätsverteilung, ungefähr so ausschauen. Dann senden wir die mal auf, das ist wieder die Intensität, abhängig von der Frequenz. Da ist die Intensität auch fast überall 0. Einmal hat sie dann ein Maximum und dann wird die Intensität weiterhin 0. Das heißt, diese Lichtquelle, die sendet einen gewissen Bereich, den nennen wir mal Delta f, das ist die spektrale Frequenzbreite, nennt man das. Die sendet einen gewissen Bereich an Wellenlängen, beziehungsweise an Frequenzen aus. Nicht nur eine einzelne Frequenz. Und in diesem Fall könnte dieser Detektor zum Beispiel folgendes hier messen. Wir haben hier wieder das elektrische Feld, abhängig von der Zeit, von zwei elektromagnetischen Wellen. Und es ist, dass diese elektromagnetischen Wellen eine leicht unterschiedliche Frequenz haben. Das führt dazu, dass diese Phasenverschiebung hier mit der Zeit immer größer wird. Das heißt, Phi ist nicht mehr konstant. Und deswegen sagen wir, dass dieses Licht jetzt nicht mehr perfekt kohärent ist, wie das Licht hier oben, sondern wir sagen, dass dieses Licht leicht inkohärent ist. Und es gibt jetzt nicht so etwas wie kohärentes Licht und inkohärentes Licht, sondern wir können nur sagen, zum Beispiel das obere Licht ist kohärenter als das untere Licht. Und ein Maß für die Kohärenz von Licht, das wäre die Kohärenzzeit. Und die kann man folgendermaßen berechnen. Das ist 1 dividiert durch diese spektrale Frequenzbreite hier. Überlegen wir uns kurz, warum das denn Sinn macht. Und zwar, desto breiter dieses Maximum von der Intensitätsverteilung ist, desto unterschiedlichere Frequenzen sind möglich. Und desto unterschiedlicher die Frequenzen sind, desto schneller ändert sich hier die Phasenverschiebung von Maximum zu Maximum und desto inkohärenter wird das Licht. Es gibt jetzt noch ein zweites Maß für die Kohärenz von Licht. Das wäre die Kohärenzlänge, Delta S. Und das ist ganz einfach die Länge, die dieses Licht während der Kohärenzzeit zurücklegt. Das heißt, c, die Lichtgeschwindigkeit mal der Kohärenzzeit. Beispielsweise dieses Licht hier oben, das haben wir ja als perfekt kohärent bezeichnet. Und das hätte dann eine sehr, sehr hohe Kohärenzzeit. Und zwar eine Kohärenzzeit von unendlich. Das macht auch Sinn, weil diese spektrale Frequenzbreite, dieses Delta F, das ist ja bei dieser Intensitätsverteilung hier 0. 1 durch 0, dann kommen wir auf unendlich. In der Realität, zum Beispiel bei Neonlicht, hätten wir eine Kohärenzzeit von 10 hoch minus 10 Sekunden. Oder zum Beispiel ein Laser, der ja schon viel, viel kohärenteres Licht abbiebt, der hätte trotzdem nur eine Kohärenzzeit von 50 Millisekunden. Also das sind so die Werte, mit denen man in der Realität rechnen muss. Die Frage, die sich jetzt noch stellt ist, warum sind wir denn überhaupt an der Kohärenz von Licht interessiert? Und das hängt jetzt mit der Interferenz zusammen. Und zwar kann man nur bei genügend kohärenten Licht Interferenzerscheinungen beobachten. Und um das zu erklären, schauen wir uns jetzt mal den Doppelspaltversuch an. Es wäre jetzt ziemlich hilfreich, wenn du schon eine Idee hättest, wie dieser Versuch ungefähr abläuft. Ich verlinke mein Video dazu jetzt in der Infocard. Auf jeden Fall geht es ja im Endeffekt darum, dass wir hier eine Lichtquelle haben. Diese Lichtquelle Licht durch diese beiden Spalte hier schießt. Und von dort aus geht ein Licht in alle Richtungen. Dieses Licht interferiert. Und hier hinten haben wir dann Interferenzerscheinungen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel mal zwei Lichtstrahlen einzeichnen, wenn diese beiden Lichtstrahlen, diese hier, hier hinten konstruktiv interferieren, dann haben wir hier hinten einen hellen Fleck und wir haben ein Maximum bei unserer Intensität, bei unserem Interferenzmuster. Wenn sie hier destruktiv interferieren, dann haben wir hier ein Minimum beim Interferenzmuster. Und so ein Interferenzmuster, das könnte ungefähr so aussehen. Und man kann sich da ziemlich einfach eine Formel herleiten, mit der man die Position dieser Interferenzmaxima ausrechnen kann. Und diese Formel, die lautet D, das ist der Spaltabstand, mal dem Sinus Theta. Theta, das ist der Winkel, bei dem man so ein Intensitätsmaximum hat, ist gleich N, das ist eine natürliche Zahl, also 1, 2, 3, mal der Wellenlänge Lambda. Der Wellenlänge Lambda von diesem Licht. Und bei dieser Herleitung, oder bei dieser Formel, dann nimmt man an, dass dieses Licht genau eine bestimmte Wellenlänge hat. Und wenn dieses Licht eine bestimmte Wellenlänge hat, dann sieht eben das Interferenzmuster zum Beispiel so aus. Für eine andere Wellenlänge, also für eine andere Frequenz, würde dieses Interferenzmuster ganz anders ausschauen. Und da ist es natürlich ein Problem, wenn wir so ein Licht haben, das Licht, das elektromagnetische Wellen, mit verschiedenen Frequenzen, also mit verschiedenen Wellenlängen abgibt. Dann überlagern sich hier hinten die verschiedenen Interferenzmustern von den verschiedenen Wellenlängen, weil das Interferenzmuster, das sieht ja abhängig von der Wellenlänge anders aus. Und wenn sich diese verschiedenen Interferenzmuster hier hinten überlagern, dann erkennt man hier hinten kein Interferenzmuster mehr. Das heißt, schauen wir uns zum Beispiel noch ein zweites Interferenzmuster an, das hier noch hinzukommt. Das könnte ungefähr so ausschauen. Hier, zum Beispiel an dieser Stelle, hätten wir ja eigentlich ein Minimum, also einen dunklen Fleck beim gelben Interferenzmuster. Aber, weil eben noch das zweite Interferenzmuster von einer anderen Wellenlänge hinzukommt, addiert sich dieses Gelbe und das Orange hier auf und wir haben dann auf einmal trotzdem wieder ein Maximum. Und desto mehr Interferenzmuster sich hier hinten überlagern, zum Schluss werden wir einfach nur einen hellen Fleck haben und kein Interferenzmuster mehr. Das heißt, Licht muss zu einem gewissen Grad kohärent sein, damit wir hier hinten überhaupt Interferenzerscheinungen erkennen können. Also es wäre kein Problem, wenn wir Licht mit einer ganz geringen spektralen Frequenzbreite aussenden, weil diese Interferenzmuster natürlich dann ziemlich ähnlich sind. Und wenn die sich überlagern, dann macht das kaum einen Unterschied. Aber wenn diese spektrale Frequenzbreite hier immer breiter wird, dann kommen immer unterschiedlichere Frequenzen hinzu und dann verwäscht dieses Interferenzmuster. Und man hat nur noch einen großen, hellen Fleck. Und genau das gleiche ist der Fall mit allen anderen Interferenzerscheinungen auch. Man braucht immer genügend kohärentes Licht, damit man die überhaupt beobachten kann. Und deswegen sind wir so an dieser Kohärenz von Licht interessiert. Falls du dir jetzt noch weitere Videos zur Optik anschauen willst, dann verlinke ich dir die Playlist, wo du diese Videos finden kannst, unten in der Videobeschreibung.